So und damit herzlich willkommen zurück zu Tribe Primitive Builder. Ja ihr seht, ich bin hier immer noch in den alten Anfängen und ich wollte definitiv erst einmal nur noch einer frei. Dann kriegt der jetzt von mir Axt. Geht nur eine. Was hab ich denn da eigentlich drin, man hab gesehen von dem blöden Hammer. Nix gescheites. Also ich brauch was zum Trinken definitiv und der Holzfäller da ohne hat gesagt, er hätte gerne eine Axt. Die sollst du haben. Das Holz klau ich dir, danke. Musst mir so ganz nicht sein. Ist da noch mehr drin? Nö, denk nicht dran. Oh nix. So jetzt kannst du wieder Holz hacken. Ich brauch was zum Saufen. Perfekt. Bin wieder fit. Also warum der nix zum Essen möchtest, ist mir ein Rätsel. Oder muss ich das denn wegnehmen? Möchtest du jetzt was? Oh. Kannst du im Verrücken nicht? Naja, was solls? Machen wir halt wieder selber was zum Futter. Und was soll der Scheiß? Äh, außerdem hab ich da noch gewürzte Essens. Was soll der Scheiß? Automatischer Wechsel. Ja, von mir Axt passt. Äh. Abschneidstoff. Fakt ist, ich brauch was zum Essen. Machen wir jetzt mal schnell, bevor wir wieder rüber gehen. Wohl nehmen wir mal das Fleisch. Wohl nehmen wir ab, da hätten wir dann 20. Ich denke mal, äh, meine Dingsbums. Äh, Obsidiansteine da drücken sind doch mit Sicherheit jetzt wieder fertig. So, vielen Dank. Wenn wir schon mal da sind, legen wir uns auch gleich wieder schlafen. Äh, sechs Stunden reicht mir. Perfekt. Wir gehen. Zum Altar. Und gehen gleichzeitig da runter. Ich hoffe, ich hab's noch bei den. Ja, jetzt hab's gar nicht zwei. Ja, Wahnsinn. Wieso ist dieser verfickte Stein da nicht da? Ihr Schweidepriester. Im Kimmel der oberen Geflecht sind die Anhaltswaschen durch. Ohne die kennt nichts. Ohne diese Steine funktioniert die Sache nicht. Wer soll es denn? Das dürfte auch definitiv reichen, um vielleicht eventuell noch ein paar mehr zu machen. Aber wir brauchen die nämlich noch einmal, hab ich gesehen. Ganz oben der letzte war noch irgendwas mit Obsidian. So. 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 Wir brauchen Obsidian Statuen. So. 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 reiche auch ich glaube das war fünf stück pro ding das müsste reichen so das heißt die pizze können wir schon da lassen dann wenn wir wieder einen platz mehr frei dann waren es die stein oder stein totem irgendwas mit einem stein so also die hämmer steinstatuen steinstatuen da sind sie schieferstall fällt mir ach da muss ich ja tatsächlich ja genau da her so jetzt darf ich erstmal über die Räne Moment mal wir sind falsch ich bin falsch da muss ich her kind da ich weiß die kann ich WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Wenn wir hinten noch, dann nehmen wir schon wieder 50, das ist doch schon mal viel wert. Und hoffen, dass es reicht. Für diese Statue da oben. So, wir brauchen diese Steinstatuen. Zehn Stück an der Zahl. Dann hätten wir nur noch ein Einsieger. Dann machen wir das Ritual gleich. Was fort ist, ist fort. Haben wir sie alle? Jawohl. Gehen wir gleich los und machen das Ding. Da müssen wir sowieso dann lieber, weil ich muss hier dieses komische Ding da oben bauen. Diese Statue. So, die da hätte ich gerne. So, ein letzter. Ja, wir müssen jetzt erst einmal gucken, ob ich komme hier am dümmsten hin. Da ist die Brücke eingestürzt. Das ist ja eine tolle Wurst. Lass mich raten. Die darf ich irgendwann wieder aufbauen. Das sehe ich schon förmlich vor mir, dass ich das Ding aufbauen muss. So, wie bin ich denn da hingekommen? Wie war denn das? Das war irgendwie da hinten rum. Das ist ja eine Wahnsinnskunst, was die da reinpfechern. So, jetzt trinken wir auch gleich mal was. Und wenn wir schon dabei sind, brauchen wir uns mal eine richtig schöne Essensration rein. Das ist nur normal. Was ist denn der Bauabvage? Das macht mir gar nichts mehr. Hammer? Wieso Hammer? Ich bin jetzt... Ach so, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt habe ich natürlich keinen Hammer dabei. Ich muss diese Statue aus diesen Obsidian rausbrückeln. nicht nur noch mal. Wenn ich das grüßet, ne? So eine Scheiße verdammt nochmal. Die Brücke ist gut. Was ist denn da die nächste verdammt? So, mittlere Weile dürfte doch hoffentlich dieser Stein wieder da sein. Jawohl. Perfekt. Genial. Ich hoffe mal, wenn ich das Obsidian aus dem Steh da raushau, dann sieht das auch nicht. Sonst kriege ich nämlich hier mal die Krise. So, wenn wir schon da sind, gehen wir gleich nachschauen, ob die anderen auch schon da sind. Das ist ja Wahnsinn, oder? 30. Dann machen wir den anderen auch noch. Dann hängen wir uns wieder 40. Läuft. Dann holen wir uns noch unseren Hammer. So. Sehr gut. 산 mal ganz franasi. Ähh... Wo ist er denn? Der Hammer! Und wieder zurück! Uh, jetzt gucken wir uns hier lang, geht schneller. Na ja. Hä, Gott, musst du doch jedes Mal rufspringen, verdammt. Der, wo lädt die. Der, der muss es sein. Doch. Stopp, da rüber müssen wir. Da geht's lang. Hier geht's. Das war's. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann machen wir das letzte Ritual. Ich denke mal, dass das die ist, die mir zeigt, wie man dieses blöde Schiff baut. Das sage ich jetzt einfach mal. Und vor allem, wo ich dieses Ding baue. Aber jetzt machen wir erst einmal das letzte Ritual. Wir haben 107 von den Dingen, also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. So, Alter. 10. 10. Obsidian Perlen. Der da. Oh nein. Nein, 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 nein. Was ist das zum Heulen? Ich habe kein Leder mehr. Scheiße. Ich brauche 10 Leder. Ernsthaft? Oh, leck mich doch am Arsch. Da muss ich her. Speer raus. Scheiße. Naja. Wir gehen jetzt erstmal da hin. Hier. Und dann müssen wir wohl oder übel wieder mal einen Cutnei machen. Wir haben 32 Minuten. Ohne. Ich lege mich jetzt gerade noch mal hin. Es wird Zeit. So. Und dann machen wir hier jetzt einen Cut rein. Okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal bei euch fürs Zuschauen. Ich werde jetzt zusehen, dass wir hier noch. Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Acht Stück brauchen wir noch. Die werden wir uns dann holen. Und dann schauen wir mal, wie es weiter geht mit dieser Wellenreiterin und bla bla bla. Ich bin echt gespannt. Für heute soll es das aber gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und sage hier dieser Stelle Tschau meine Frau. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.